Das ist das Licht, das ist das Hirnchen von Goldzahlecht. Wir haben alles von hier aus geteuert. Dadurch haben wir die Fixen. Das sind feste Lampen, die sich auf mich bewegen. Zum Beispiel dort hinten, die kommen auf die Seite rechts und links. Oben und unten. Das sind die Lampen. Hier haben wir den ganzen Teil für die Sachen, die sich bewegen. Für die Moving Lights. Und hier haben wir die programmierten Sachen. Hier haben wir noch nicht so viele. Es kommt noch massiv mehr. Wir programmieren hier. Das ist zum Beispiel das Programm, das im Moment läuft. Das ist so viel gefertigt programmiert. Aber das kann man natürlich auch wieder etwas ändern. Es gibt verschiedene Standorte. Zum Beispiel ein Strohboot. Das in ein Andino laufen. Das ist sicher ein Standardding. Und jetzt bei Fenstern mal in zwei, drei Leder. Und ich weiss, das kommt sicher. Zum Beispiel die Wolken und die Läbe es ein bisschen schwanken und machen. Und dann kann man manchmal auch an den Leder entsprechen. Das ist sicher.